Wie war die Verfolgung von Männern? Oft wurden ihnen diese weggenommen, sobald sie abgestiehlt hatten. Im Berner Stadtrecht heißt es noch 1695, Zitat, dass hochschwangere Frauen der Wiedertäufer bis zur Niederkunft und ihre Kind abzustehlen, sechs Wochen lang geduldet, hernach auch aus dem Land geschaffet, die Kinder aber im Land behalten und versorget werden sollend. Zitat Ende. Jesus Christus schärfte seinen Jüngern ein, Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Wenn es um das Heil geht, werden den Christen oft schwerwiegende Entscheidungen abverlangt. Hab und Gut, Frau und Kinder, ja das eigene Leben selbst muss, wenn es erforderlich ist, um Jesu Willen aufgegeben werden. Uns erscheint das extrem und radikal, weil unser Glaube kaum vor diese Alternative gestellt wird. Hat Christus es wirklich so gemeint? Wie soll man antworten, wenn die Obrigkeit sagt, schwör deinem Glauben ab und du kannst alles behalten? Oder stirb und verliere alles, was dir in diesem Leben lieb und teuer ist? Die Antwort darauf muss jeder selbst geben. Der Weg zum Kreuz ist immer ein persönlicher Weg, ein Weg an der Hand dessen, der ihn zuerst gegangen ist. Was wäre, wenn Jesus Christus im Garten Gethsemane den bittern Kelch des Leides nicht angenommen hätte? Mit großer Angst hat er im Gebet gerungen und in Gottes Willen eingewilligt. Diese Angst bleibt auch den Seinen nicht erspart. Im 20. Jahrhundert sind weltweit mehr Christen um ihres Glaubenswillen getötet worden, als in allen Jahrhunderten davor zusammen. Und jeder Märtyrer hat seinen eigenen Zweifel, seine eigenen Ängste vor Gott durchbeten müssen, um der Wahrheit sein persönliches Siegel aufzudrücken. Ich lebe zwar getrost durch Glauben, Lieb und Hoffen und weiß, dass deine Gnad noch allen Menschen offen, dass deine Liebe und Treu mich tröstet und erhellt. Doch pflege ich desto mehr für mich und diese Welt. Hilf Siegen über das, was du schon überwunden, zerstör des Teufelsreich, lass ihn bald sein gebunden. Lass uns mit Fleiß und Sorg, verleugnen, widerstehen, anhalten mit Gebet, entfliehen und entgehen. Verleih Geduld und Trost in Kämpfen und im Ringen. Sorg fällt Gewachsamkeit und Kraft, um durchzudringen. Lass uns in heiliger Furcht und in Bereitschaft stehen, dass wir mit Freudigkeit vor deine Augen gehen. Im Sommer 2004 gedachte man in Tirol in besonderer Weise der aus ihrer Heimat vertriebenen Hutterer. Für die Schlossbergspiele Rattenberg schrieb der bekannte Autor Felix Mitterer ein Theaterstück, das den Weg ihrer Flucht bis zu ihrer heutigen Heimat in den Prärien Kanadas und der USA nachzeichnet. Einer der Rattenberger Märtyrer, Leonhard Schiemer, beschreibt dieses unstete Wandern unter ständiger Bedrohung durch die Verfolgung in einem Liedtext so. In den USA und Kanada gibt es heute drei große Gruppen von Täufern, die zum Teil noch ihre alten deutschen Dialekte sprechen. Die Hutterer reden einen tirolerisch-kärntnerischen Dialekt, die Mennoniten plattdeutsch, die Amischpiepel einen alten pfälzischen Dialekt. Ihre Kirchensprache ist oft noch hochdeutsch. Über die Jahrhunderte der Flucht und Unterdrückung haben sie weitgehend aufgehört, offen zu missionieren. Wenn das Feuer des Glaubens auch nicht ganz erloschen ist, sind sie vielfach nur mehr ein glimmernder Docht, der möglichst wenig Berührung mit der Welt sucht, in der sie eigentlich als Licht leuchten sollten. Wer kann es ihnen verdenken? Dennoch haben sie ihren Lebensstil und ihre Überzeugungen bewahrt und sind in ihrer Eigenart eine offene Anfrage an unsere Konsum- und Ellbogengesellschaft. Die hutterischen Kommunen sind aufgeblüht, das Leben dort ist frei von Konkurrenzkampf, Sorge um den Arbeitsplatz und Habsucht. Die Amischen zeigen, dass Fortschritt nicht alles ist. Sie wurden zum Begriff des Ideals vom einfachen Leben. Die Mennoniten werden aufgrund ihrer konsequenten Friedfertigkeit heute als Friedenskirche bezeichnet. Der Ball ist bei uns. Wo sind Christen heute noch eine Herausforderung? Merkt man bei uns etwas von der Besserung des Lebens? Welche christliche Kirche will sich als Alternative zur Gesellschaft präsentieren? Was gibt uns den Mut und das Durchhaltevermögen zu einem Weg ohne Kompromisse? Die Tatsache, dass Jesus Christus den Weg gegangen ist und dabei Welt, Sünde, Teufel und Tod überwunden hat. Er ist auferstanden und in seiner Auferstehung triumphiert die Gemeinde. Franz Radmeier fasste für uns die Geschichte des Neubeginns in Österreich zusammen. Eine Geschichte, die auch mit seinem eigenen Leben untrennbar verbunden ist. Auch wenn die Anfänge mennonitischer Gemeindearbeit in Österreich-Ungarn weiter zurückreichen, so entstanden die mennonitischen Freikirchen auf dem Gebiet des heutigen Österreich erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie haben ihren Ursprung in den Flüchtlingsströmen aus Osteuropa. 30.000 Flüchtlinge gab es allein in und um Linz. Und vor allem haben sie den Ursprung in der missionarischen Arbeit der Mennoniten-Brüdergemeinden in Kanada und den USA. Die ersten Missionarsfamilien kamen 1953 nach Linz. Anfangs wurde stark materiell geholfen, dann verlagerte sich der Schwerpunkt auf Evangelisation und Gemeindeaufbau. Trotz Rückschlägen und anfänglichem Widerstand von katholischen und evangelischen Kirchen, sowie mancher Skepsis auch von Freikirchen, entstand in Linz die erste Gemeinde. Bald wurde mit dem Bau eines eigenen Gemeindehauses begonnen, das 1958 eingeweiht wurde. Von da an wuchs die Gemeinde zusehends, wenn auch nicht ohne Probleme. Ähnlich waren die Anfänge in Wels und Wien, zuerst gläubige Flüchtlinge, dann bekehrte Einheimische. An anderen Orten dagegen wurde gleich unter den Österreicherinnen und Österreichern evangelisiert, wodurch Gemeinden in Salzburg, Gmunden und an einigen anderen Orten entstanden. Ich selbst fand 1972 als 17-jähriger HTL-Schüler durch einen von der Gemeinde Steyr veranstalteten Filmabend zu einer lebendigen Beziehung zu Jesus. Ohne je von Freikirchen oder gar Mennoniten gehört zu haben, fand ich nicht zuletzt durch die Herzlichkeit und das authentische Leben der Pastorenfamilie in die örtliche Gemeinde. Die Geschichte geht weiter. Von 1525 über Jahrhunderte des Aufblühens und der Verfolgung ist der glimmende Docht nie völlig erloschen. Immer wieder wurde er durch Gottes Geist neu zu einer hellen Flamme entfacht. Durch Menschen, die sich ganz und freiwillig in die Nachfolge ihres großen Herrn Jesus ergeben haben. In der Mennonitischen Gemeinde, aber auch in vielen anderen Gemeinden und Gemeinschaften seither, die zu ähnlichen Überzeugungen gelangt sind. Dass dieser Weg kein Spaziergang ist, haben uns die vielen Beispiele der Geschichte gezeigt. Dass der Weg nicht selten von Sorge und Furcht begleitet ist, müssen wir nüchtern festhalten. Es geht um Ausdauer, um Treue und vor allem um die Liebe zu Gott und den Menschen. Wer kommt mit auf diesen Weg? Wer schließt sich heute an, bereit, das Feuer des Glaubens weiterzutragen? Das Feuer des Glaubens ist,